Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Also ich mache gerade jetzt, also nicht wundern, dass kein Video jetzt gekommen ist. Ich mache gerade eins, aber das dauert noch ein paar Wochen, weil das Schnittprogramm ist abgeschmiert. Ja und dieses Video kommt jetzt, weil ich etwas ankündigen wollte. Mein Gaming-Kanal ist jetzt draußen, Link in der Videobeschreibung. Tja, das war es dann eigentlich schon mit dem Video. Ich wollte das nur ankündigen und sagen, nicht wundern so, hey, ist der jetzt krank oder so. Ja, also würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sorry, dass das Video jetzt ein bisschen länger dauert.